Und jetzt, Sascha, möchte ich wissen, was die nächste Schauspiel-Improvisationsaufgabe ist. Dafür musst du mal abtauchen, denn es geht um folgendes. Es gibt ja den großen Hotel 13 Titelsong. Den singt ihr jetzt, aber mit Abänderungen. Ich gebe euch Regieanweisungen rein und in dem Style müsst ihr die dann singen. Da bin ich mal gespannt. Mama, Papa, ich bin im Fernsehen bei Hotel 13. Musik ab, bitte. Yeah, und wir beginnen mit Opernstyle, meine Lieben. Hast du Lust auf Strand und Lagerfeuer? Komm mit uns sonst mehr. Gar nicht schlecht. Und jetzt mal gelangweilt. Und jetzt mal schüchtern. Und jetzt mal tanzen. Und jetzt mal verliebt. Oh ja, und wie verliebt ihr seid? Vielleicht mal weinend? Und jetzt mal verliebt. Und jetzt mal verliebt. Und jetzt mal rappen. Ja, und jetzt mal verliebt. Und jetzt mal verliebt. Wir sind ja. Woohoo!